Ich kann euch kurz vorstellen. Ja, hallo, ich bin der Sven. Ich bin der Jens. Hallo, ich bin der Andreas. Und zusammen sind wir... Reben im Tisch. Wie seid ihr zum Schauzreit gekommen? Durch einen Musikerkollegen, den liebenswerten Daniel Coletti. Durch den haben wir den Heiner Büker kennengelernt und sein lobenswertes Co-op-Café. Und ja, eigentlich sind wir ganz frisch dabei, so seit einer Woche. Unterstützen wir mit Soundstripe und Berlin gegen Krieg. Und ich finde, was Besseres konnte uns gar nicht passieren, weil das auch unseren Texten entspricht, unser Auftreten und unseren Werten und das, was wir fürs Leben wichtig finden. Und Berlin gegen Krieg und Soundstrike vermittelt genau das. Also ich denke, da fühlen wir uns wohl. Dankeschön. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020